Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts CL Plus und heute habe ich einen Gast. Hi Christian, vielen Dank für die Einladung. Sie sind seit 2011 im Vorstand eines DAX-Konzerns, der Deutschen Telekom. Hast du da Chat-GPT benutzt für die Anmoderation oder? Ja, ähm. Das klappt ja doch nicht so gut. Man muss nochmal drauf schauen, korrigieren, nicht jede Formulierung ist so, wie man sie haben will. Manchmal ist auch ein sachlicher Fehler drin, aber es ist schon relativ weit. Ja, da kennt sich aber jemand ganz schön gut aus. Sie lächeln schon. Sagen Sie es, was fällt Ihnen auf? Ich habe das Gefühl, du schiebst hier eine ganz schön ruhige Kugel, kann das sein? Das gefällt mir gut, Christian. Hier ein bisschen Ampel, ein bisschen Podcast, ein bisschen Ausruhen, Deutsche Vita, nicht schlecht. So würde ich die Positiverzählung machen. Ja, apropos, wow, huch, wie die Zeit verfliegt. Das war eine schöne erste Folge, fand ich, oder? Es war einfach Bullshit. Vielen lieben Dank, Christian. Vielen Dank.